dazu kann ich aber nur was bestimmtes sagen hey google erzähle ein witz klar hier kommt ein witz warum holte der kommissar immer einen zahnarzt ins verhör er sollte den verdächtigen auf den zahn füllen hey google erzähl noch ein witz ich hoffe du findest ihn hier lustig ein mann kommt zu spät zur arbeit und sein arbeitgeber schreit sie hätten um 8.30 hier sein sollen er antwortet was ist denn um 8.30 passiert echt die spitze von der sein sowas von 0 lustig davon müssen wir mal ein so ein extra video machen bist du wieder im kacken oder was heute mal aus deiner sicht alles sehen in den du kacken gehst oder was war das ja das ding aufgemacht ja du wirst sicher auch davor ja weil ich noch am schloss knacken war ja ich habe mich auf deine höhe mit ihm weißt du was alter ich bin fast auf dem boden aufgeknallt du auch ich war einfach dieser war und bin auf die lampe gesprungen so eine cleverer du kannst mich mal jetzt noch irgendwo so ein hilfspaket ja ich kämpfe oder was ich gucke den einfach nur an ich höre nur so einfach jetzt müssen wir gucken wie wir hier reinkommen aber ich weiß wie sie wünschen okay irgendwer schließt so hier ist ein schadbuch gewesen ich weiß das sah immer nicht so geil aus wenn du verbringst du und flatsch einfach so ein vorbeigeknatzt ich glaub es nicht das sah echt so geil aus Das war echt Was war abgewürgt? Ähm Hallo Strampo, öffne die Tür! Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich so vor mich hin quassle. Es ist eine ganze Weile her, dass ich die Chance hatte, mich mit einer Person direkt unterhalten zu können. Hinter dir. Oh Mann. Er ist tot. Unterwegs. Oh Mann. Oh, inventarvoll. Okay. Er war etwas länger nicht mehr irgendwo, um unsere Sachen abzulagern. Oh Mann. 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 Oh, eine tote Ratte. Das erinnert mich immer mehr an 4. Worum? Keine Ahnung, da bin ich auch durch Kanalisation gelaufen und alles. Wer hätte sitzen bleiben sollen? So, ich hab die Schlüsselkarte. Gut, jetzt den Hauptflur hinunter. Das Labor befindet sich links. Zira und ich blieben in Harran, um ein Heilmittel zu finden. Und wer war ursprünglich zu unserem Schutz abgestellt? Kann die Süley machen? Reis höchstpersönlich. Das hat wirklich... Oh, oh. Hm? Hier ist so ein Pferd so hinter. Ich weiß. Mal sehen, ich habe noch... Ja, 29... 31 Schuss habe ich noch mit der. Das geht grad noch. In der Kontaminierungskammer, um zum Labor zu gelangen. Der Eingang ist auf der rechten Seite. Nach dem Tod von Reis Bruder ging alles den Bach hoch. Der Eingang verwandelte sich über einen brutalen Kerl zu einem ausgewachsenen Psychopathen. Okay. Was? Was man hier noch alles an der Background-Story erfährt. Das möchtest du jetzt alles? Sie müssen den Dekontaminierungsprozess durchführen, um die Türen zu entringern. Ja, das erfordert maximale Energiezufuhr. Und dafür brauchen wir die Generatoren. Begeben Sie sich zu den Büros. Dort erhalten Sie weitere Instruktionen von mir. Okay, ich kümmere mich. Zero und ich wurden von einem GRE Agenten in Sicherheit gebracht. Er war Ihnen sehr ähnlich. Der Agent, der uns geholfen hatte, sollte gemeinsam mit uns evakuiert werden. Und das hat letzten Endes nicht geklappt. Und Zero und ich saßen hier fest. Seien Sie von hier an besonders vorsichtig. Dieser Teil der Einrichtung nimmt wahrscheinlich nur so von Infizierten. Ich wurde von den beiden getrennt. Kommte es aber bis hier in die Klinik schaffen. Achtung, ich öffne die Tür. Wer denn öffne mal? Wir haben endlich nicht mehr keine Schatten. Los! Genau. Oh! Waaah! Baaaah! um voranzubringen warum kann man sich gar nicht vorstellen dass reiz mal so nach bodyguard gewesen sein soll bombe bombe tot oder kannst du dir das irgendwie vorstellen ne nicht wirklich wenn man überlegt wie kaltblütig der typ ist deswegen kommst du hoch ja ich bin hier noch alles am abzogen was bist du denn bist du hoch hä 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 schacht luftschacht ja wo da hinten hm such mich hallo so jetzt sind wir hier auf der anderen seite guck mal wer ist kolossus ich komm nicht durch hier hier müssen wir aufpassen na großartig hier darfst du nicht ins gas hier nach hier hier haben hier Was ist das? Ja. 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 Ich habe die Rettung. Ich habe die Rettung. Ich habe die Rettung. Ich habe die Rettung in meiner Brüxel. Hallo? Genau. Hallo! Affenkopf! Spring rein! Ach, guck mal, wer da unten ist. Hä? Ja. Schieß mal auf das Fass. So, und jetzt? Dadurch hätte man ihn viel schneller wegpusten können. Oh, war er schon tot. Na gut. Oh. Und meine Waffe ist tot. Dann verbring ihn sie mal. Das macht man eigentlich nicht, aber wir müssen genau hier hinter durch. Hallo! 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 hallo hallo was macht er da aber spricht er da hoch du sitzt dann normal hochgehend wichser er sagte es ich verarsche mich doch ich spreche automatisch haben ein fänger wichser spring nicht hoch du homo gesicht so ich weiß doch nicht die treppen meine güte die tür nein natürlich nicht arschloch so geht doch durch die tür du äh fenster du eumel geh mal aus dem weg du affe man das war mal einer die weg ja so komisch geflogen sind wie würdest du fliegen wenn du eine gasflasche auf rücken angeschnallt hättest weiß ich nicht tschüss ja hier ist noch eine gelbe kiste du bist auch so eine gelbe kiste du bist auch so eine gelbe kiste du bist hier du bist hier oh drücken sie den knopf an der Tür um den prozess zu in den siehe ich bin mir fach ab und komm ja die werden doch alle drinnen sterben da drinnen ja da ist so kann man sowieso auch los werden so so jetzt ist der Weg frei ja 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 Ja, ich kann mich jetzt schon überlegen, wie viele Folgen das mittlerweile eigentlich sind. Wir haben ja den kleinen Teil der Nebenquests, die wir bis jetzt gemacht haben, ne? Ja. Mit der Story über 60 Folgen mittlerweile. Ola. Und denk mal nach, The Following kommt ja auch noch. Hm. Krane, endlich treffen wir uns. Nun, haben Sie mir die Gewebeproben mitgebracht? Oh. 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 Kann ich Ihnen was zeigen? Nein, 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 nein. Einen Moment. Alles klar. Das schalten wir ein. Wird ein bisschen dauern. Oh. Oh. Ja, genau. Amir Goreshi. Wie kommen Sie denn an sein Foto? Wir ... hatten eine gemeinsame Freundin. Die Proben sind noch brauchbar. Sehr gut. Mit ein bisschen Glück ist Ihr Besuch hier nicht umsonst gewesen. Apropos, äh, wo sind die restlichen Daten? Zero hatte doch zwei Pakete vorbereitet, oder? Darüber reden wir später. Jetzt steht erstmal ein kleiner Schlagabtausch mit dem GRE an. GRE? Crane, bei denen müssen Sie vorsichtig sein. Ihr Image ist eine einzige riesige Lüge. Das sind skrupellose, verlogene Bastarde. Das möchtest jetzt? Natürlich, Doktor. Und danke. Ich melde mich. Ich muss mal eben kurz noch was machen. Und jetzt müssen wir hier wieder raus. Toll, das hat jetzt was gemacht. Keine Ahnung. Langeweile. Was? Warum bückt keiner sich? Warum rutscht keiner? Frag mich nicht. Hm. Ich habe Camden getroffen. Er hat Saras-DW-Beproben untersucht und meinte... Was? Ach, nein. Du bist dunkel, ne? Ja. Ja. Dann würde ich sagen. Weil irgendwie uns. Autsch. Oder? Weil hier in der Nähe ist ein... Dingsbums? Na? Äh. So ein... Schluft. Schluft. Ah, nicht schluft. Meine Fresse. Sichertraum. Meine Güte. Du kommst hinterher, oder? Irgendwie gar nicht. Und... Ich bin volle Kanab gestürzt. Lol. Ich wollte von einem Dach zum nächsten springen. Aber was ist passiert? Ich bin runtergefallen. Dir ist genau das gleiche passiert. Habe ich recht? Ja. Dachte ich mir schon irgendwie, gell? Warum wundert mich das irgendwie nicht, dass du mich nachmachst? Ja. Seemsens so schön Wie war Und... Das Scen...